So, wir kommen nun endlich zum ernsten, zum seriösen Teil des heutigen Abends. Wir kommen zur Aufführung unserer Oper. Die Oper heißt Der Tod des Königs und wir spielen daraus die Arie. Der König ist tot. Aus finanziellen Gründen konnten wir uns heute hier leider kein Orchester leisten. Das Orchester heute Abend bin deswegen ich. Ein Dirigent saß leider, leider auch nicht drin. Der Dirigent heute Abend bin deswegen ebenfalls ich. Der Chor der Jäger. Jawohl! Der Chor der Geister. Warum nur? Und der Chor der Jungfrauen. Nein! Ebenfalls ich. Lediglich die Rolle des Heldentenors musste leider besetzt werden und nach mehrwöchigen Vorspielen nahm man dann den Darsteller mit der geringsten Gagenforderung. Das Licht senkt sich, Ruhe kehrt ein und das Spiel beginnt. Die Schor der Jäger. Und durch die Felder, durch die Augen, so die Schleichten sind's da nie. Wollte nach dem Mäcklein schauen, da noch nur stand mir der Sinn. Unter einer alten Linke sah ich dann ein holdes Kind. Neben mir hier geschwinkt, war von Lieber schon fast blind. Warum nur? Meine Güte, ich hab' fast 14 Dioptränen. Mäckern, sagen wir keinen Namen, lass' ihn schallen durch den Wald. Ich seh' nix, die hört' nix, das kann halber werden. Mäckern, sagen wir keinen Namen, lass' ihn schallen durch den Wald. Hildegard! Hildegard! Bringen sie, ist der König gar tot! Hildegard! 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 zweige! Scheiß noch alleine bei! No no no! Puscht die Liga! Puscht die Liga! Pocht! Pocht! Pocht!